Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch 13. Mai Ich will eine Hilfe schaffen dem, der sich danach sehnt, spricht der Herr. Psalm 12, Vers 6 Ein Meister zu helfen, wird unser Herr in der Bibel genannt. Ein feiner Titel. Aber nun meldet sich sofort eine Menge Menschen, protestieren und schreien. Mir hat er noch nie geholfen. Wem hilft er denn? Unser Textwort sagt es, dem, der sich danach sehnt. Es ist sehr wichtig, dass wir dies wissen. Der Herr dringt sich niemanden auf. Wer ohne ihn leben will, darf es. Er soll sich nur klar machen, was er ausschlägt. Da war der verlorene Sohn, der durfte bei den Schweinen bleiben. Aber er wollte nicht mehr. Er eilte zum Vater und sagte, ich habe gesündigt. Da wurde ihm herrlich geholfen. Die Bibel berichtet von dem Oberzöllner Zacchaeus. Der durfte bei seinem unredlichen Geldsekten bleiben. Aber er konnte nicht mehr. Von der Maria Magdalena lesen wir in der Bibel, der Herr Jesus habe sieben Teufel von ihr ausgetrieben. Sie hätte sich damals weiter von den Dämonen treiben lassen können. Aber sie wollte nicht mehr. Sie legte ihr Elend vor Jesus hin. Es kann sein, dass auch wir zu den Leuten gehören, die, vielleicht heimlich, denken. Mir hat er noch nie geholfen. Wenn wir das denken, dann dreht der Herr den Spieß um und fragt eindringlich, hast du denn mich schon einmal von Herzen begehrt? Hast denn du dich nach meiner Hilfe gesehnt? Herr, vergib, dass ich allein fertig werden wollte. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Herzlichen Dank für dein Abo, deinen Daumen hoch und deinen Kommentar. Teile gerne meine Videos, somit erfahren mehr Menschen von Gott. Weitere Informationen findest du in der Infobox unterhalb vom Video. Jesus Christus segne dich. Jesus Christus segne dich.